Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kommunikationsstörung anzunehmen beim Boss Mida in Sturmsanktal. An dieser Position ist eine Folgequest von die Weißzahnfeste sichern. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf man drei Abhöranlagen des SI7 zerstören. Ich zeige euch, wo diese sind. Die hier zerstöre ich als erstes. Hier sollte euch dieses Video helfen, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert. Das motiviert mich sehr, Byte-Requests aufzunehmen und hochzuladen. So, und wie man gesehen hat, sobald man eine Anlage zerstört hat, ohne da ein paar Mobs, die man töten darf. Man kann auch vermutlich weglaufen. Puh, dachte schon ich kann da nicht rüberwüpfen, aber es ging gut. Mache gleich auch hier die Map auf, falls ihr was benötigt. So, an dieser Position habe ich die zweite Anlage zerstört. Und als letztes ist fast direkt gegenüber. Da muss man hochlaufen. so, und dann diese Anlage. Mobs noch töten. Quest ist bereit zur Abgabe. Ich pfeife jetzt, weil dann bin ich gleich an dieser Position. Ich könnte auch hinlaufen, aber bin zu faul. Und da die Flugpfeife keinen Cooldown hatte. So. Quest ist dann abzugeben. bei Bosmida im Sturm St. Tal. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao.